Heute gibt es was auf die Linse und zwar einen ganz besonderen Filter, den Black Mist von KNF Concept aus der Nano-Serie. Ein Nebelfilter für sowohl Filmer als auch Fotografen. Was euch solch ein Filter bringt und für wen er sich eigentlich gut eignet, mehr dazu jetzt im Test. Black Mist klingt für den Gemeinmuttersprachler zunächst erstmal vielleicht nicht sagen bzw. sogar negativ. Allerdings ist das englische Wort für Dunst oder Nebel gemeint. Kurz auf den Punkt gebracht, es handelt sich hier um ein Diffusionsfilter, aber nicht im klassischen Sinne, wo das komplette Motiv einfach weich gezeichnet wird, sondern in gezielten Bereichen des Lichts. Der Bildeindruck, der dabei entsteht, erinnert ein wenig daran, als würde man in der Location mit einem Hazer oder einer Nebelmaschine arbeiten. Zum einen entsteht ein eher filmischer oder analoger Look, weil die Überschärfung moderner Digitalkameras reduziert wird, ohne bzw. nur gering Schärfe einbüßen zu müssen. Zudem werden bei Personen auch kleinere Hautunreinheiten ein wenig reduziert, was sich gut bei Talking-Head-Aufnahmen wie diese hier oder der Porträtfotografie gut eignen dürfte. Der letzte Vorteil kann in bestimmten Situationen auch ein Nachteil sein. Und zwar wird die Lichteinstrahlung in der Szene gebündelt. Mit der richtigen Filterwahl oder stärkeren kann zudem dadurch auch dieser verträumte Dreamy-Effekt erzeugt werden. Den Black Mist von KNF Concept gibt es in vier verschiedenen Stärken, von 1 Achtel, 1 Viertel, 1 Halb sowie 1 Ganzes. Für den Test haben wir uns für die eher gebräuchlichen 1 Achtel sowie 1 Viertel entschieden. Alle Stärken sind in den üblichen Gewindegrößen von 37 bis 82 mm erhältlich. KNF bewirbt das Glas der Filter als recht dünn, doch wirken sie auf mich eher normal dick, wie ich es auch von anderen Filtern gewohnt bin. Jeder Filter in der höheren Serie, also der Nano-Serie, wird in der Unibox geliefert, die ich prinzipiell von der Idee super finde, aber nicht ganz so verlässlich funktioniert. Der Innenbereich des Filters befindet sich beim Öffnen oben und man muss vorsichtig sein, dass man es beim Herausnehmen nicht direkt mit den Fingern anfasst. Außerdem bin ich eher ein Tollpatsch und so wie das hier umgesetzt wurde, könnte ich das eines Tages fallen lassen. Mein Moderations-Setup, wie ihr mich vorgesehen habt, ist ein gutes Szenario, um zwei Charakteristiken der Filter aufzuzeigen. Das prominenteste dürften die Halos an meinen Hintergrundlampen sein und die subtile Weichzeichnung meiner Haut. Außerdem wird der Schatten in meinem Gesicht etwas aufgeweicht, was das Ganze noch homogener bzw. filmischer wirken lässt. Beim direkten Bildvergleich sehen wir auch eine geringe Reduzierung des Kontrastes im Bild. Ein anderes Szenario dürfte die Produktfotografie darstellen. Hier kann man gezielt Licht einstreuen, was zu sehr interessanten Effekten führen kann. Black Mist oder wie es gerne auch übersetzt wird, Schwarznebelfilter sind eine tolle Ergänzung und gehören neben den ND-Filtern aus meiner Sicht in jede gute Fototasche. Allerdings ist der Markt hierfür recht überschaubar und das heißt, die Dinge sind echt nicht billig. Der Innovator und Marktführer Tiffen ruft für die Einviertel-Version mit dem größten Gewinde von 82 mm 170 Euro und für die Einachtel etwa 50 Euro weniger auf. Und das ist der erste Punkt, der an KF geht. Alle Stärken kosten ungefähr dasselbe und mit dem gleichen Gewinde zahlt man hier um die 100 Euro. Das ist immer noch viel Geld und unsere Empfehlung wäre, dass ihr eher hingeht und euch nur einen davon kauft und euch einen Step-Up- oder Step-Down-Ringe kauft, die wir euch auch in der Videobeschreibung verlinkt haben. Leider fehlt mir das Vergleichsmaterial zum Tiffen. Da kann ich euch aus meiner Erfahrung damit sagen, dass die K&F deutlich subtiler bei der Diffusion sind. Wer also schon mal mit dem Einachtel von Tiffen geliebäugelt hat, kann hier immer noch zwischen dem Einachtel und dem Einviertel von K&F entscheiden. Was meint ihr? Sind solche Filterspielerei oder eine durchaus interessante Anschaffung? Habt ihr Fragen zu den Filtern? Schreibt sie uns gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da, den anderen kann man eh nicht sehen. Ein Abo sowie ein Klick auf die Glocke freut uns zudem ebenfalls und hilft uns weiter. Letztes Jahr hat Matthias ein sehr interessantes Filtersystem von Haida getestet, was ihr neben mir gleich sehen solltet. Darunter findet ihr zudem das letzte Video von Valuetek TV. In diesem Sinne viel Spaß beim Weiterschauen und bis bald.